Jo moin, nochmal hier zum Livestream die vierte, vierter Anlauf, ein Soundtrack ist erfolgt, ich denke das Instrumental war ein bisschen zu leise streng genommen, aber nun ja, kommt vor. Und ich weiß ja, garantiert ist die Scheiße, natürlich auch so preisenderweise, jetzt gerade einfach nur so, dass ich hier meistens natürlich auch schon wieder auf meine Art und Weise etwas anderes mir leiste, wie zum Beispiel das, was ich hier so zeige, während ich einfach keine Feige bin, sondern einfach bloß mal wieder meinen Star-Sinn darin wisse, wie zum Beispiel den einen Star hätte, allerdings nicht wirklich den einen Star hätte, sondern hier jetzt gerade nicht andere Drosselfink und so weiter, sondern einfach bloß mal wieder Genius Hardcore Freestyle halt. Okay, dann weiß ich da natürlich auch drauf hin, worum es mir jetzt gerade eben gehen mag, denn ich weiß ja, garantiert ist es eben gerade so viel mit der Fliegerei, sodass ich hier natürlich auch schon wieder hier mit der Freestylerei jetzt gerade live dabei bin, oder doch nur schon wieder am Übertreiben von dem, was ich meist bin, während ich hier nun einmal finde und zwar vor, was Genius Hardcore einmal ist und bleibt so. Allerdings ist hier ja meist schon irgendwie nicht wirklich die Achtung für mich da, sodass ich hier natürlicherweise jetzt gerade schon wieder was hier für mich preise, während ich durch die Tür nicht gleite, sondern eher durch das nächste Instrumental. Und schon wieder ist es die Kirsche oder doch nur die Kirche, während ich hier jetzt hier nicht auf der Kirche bin, sondern einfach bloß mal wieder am Kapieren von dem, was hier drin natürlich auch ganz gerne mal zu erfrieren hatte. Ist natürlich auch garantiert das, was ich sonst so im Satze hier jetzt gerade einfach mal wieder sagte, denn ich weiß, garantiert wagte ich mich weiter voran und voraus, denn ich weiß, garantiert ist das hier einfach nur so der Torheiten-Messige, nicht Körperklaus, sondern einfach bloß so wieder Genius Hardcore drauf auf dem Freestyle, während ich natürlich auch mit meinen Zähnen hier vielleicht nicht einmal so bling-bling bin wie die anderen. Ist mir das ganz scheißegal, weil ich weiß, garantiert ist das hier noch einmal etwas anderes vom Format her, einfach nur mal eine Improvisation, sodass die Situation für die Frustration der ganzen Busstationen und so weiter, Notationen und Rotationen natürlich auch schon wieder hier jetzt gerade mit euren BMWs am Rollen sein könnte. Ich hingegen bin und bleibe einfach nur da, um hier jetzt wieder ständig zu sein, wieder schändlich nicht einmal, denn ich weiß ja, garantiert bin und bleibe ich als Reimer nur einmal, wieder garantiert hier rein, klar, allerdings nicht wirklich einfach nur da, um hier jetzt gerade was zu sein, gerade mal. Ach ja, stimmt ja, das ist gerade mal für andere MCs oder doch schon wieder für das Priest, während ich letzten Endes das Schieße und zwar das, was hier so fließen ließ gerade. Freestyle. Okay, wäre schön, wenn es auch mal wieder echter wäre, während ich zuletzt klar wieder Schwerte und zwar mir das Er hier, während ich schon wieder Erschwerte und zwar mir jetzt gerade dem, was hier an Gebärde hier schon wieder im Vor gehoben wurde, von dem, was ich hier im Spurte natürlich auch schon wieder hier wie eine Pfort sehe, also nicht wie die neuen Pforten, sondern eher wie ein Pfort, also somit bin und bleibe ich natürlich auch garantiert gestört, gerade am Scheißen und zwar auf die ganzen meisten Menschen, die natürlich auch meist klar dämpfen und zwar hier jetzt gerade etwas anderes rein, während ich natürlich auch hier klar mal wieder bang mit meinem Freestyle, weil denn ich habe hier nun einmal zu denken und zwar darüber, was ich hier nun einmal früher oder später wieder mache, denn ich weiß, dass das natürlich auch Ansichtssache ist, allerdings nicht von der Kirche, sondern einfach bloß mal wieder von dem, was ich hier so wieder gebe, während ich nicht widerlege, sondern einfach bloß mal wieder rege und zwar mich darüber auf, dass ich hier jetzt gerade einfach nur mal wieder in meinem Rausch, jetzt gerade einfach nur einen weiteren Lauf gebe, während ich überlege, worüber es mir so gehen mag, es ist natürlich auch schon wieder mit der gottverdammten Kirche immer wieder so weit, dass es irgendwie immer führte und zwar zum Streit, wenn man es um Kulturen geht. Und somit denke ich mir natürlich auch hier so nicht interpretiert zu sein gerade, sondern einfach nur mal wieder mein Reimer Artist, der ich nun einmal bin und bleibt gerade, okay, Genius Hardcore Freestyle halt, okay, dann muss ich hier natürlich was dazu sagen, ach ja, stimmt ja, dass die ganzen Zölibats-Wahnsinnigen irgendwie nicht klar gehen, denn ich habe nun einmal wahrgenommen, was hier sonst so in diesen Phasen geschieht, nämlich, dass es irgendwie blieb und zwar immer wieder mit dem Krieg, wie zum Beispiel in der Kreuzzüge und natürlich auch dem, was hier meistens nicht wirklich als irgendeine Art Lüge enttarnbar wäre, sondern hier jetzt gerade einfach nur Ratsam am Start dann natürlich auch zum Erklären eben immer wieder ganz gerne mal geeignet ist, wie zum Beispiel meine Involviertheit an die Bundeswehr und für sich. Hm, also in die Bundeswehr auch verdammt schon wieder verkehrt im Wort, allerdings ist das hier ja so irgendwann ein Sport eben. Somit improvisiere ich halt das, was ich natürlich auch gestalte, während ich schon wieder einfach nur mal wieder die im Raum Zeit entfalte oder doch nur schon wieder jetzt gerade zusammenfüge, weil ich bin und bleibe ja nicht der Typ, der hier jetzt gerade irgendwelche Lügen auf Tischen will, sondern einfach bloß mal wieder inzwischen Müll nicht wirklich bringt, sondern hier jetzt gerade einfach nur mal wieder etwas anderes zerknüllt, wie zum Beispiel das, was ich denke. Und somit denke ich natürlich auch letzten Endes kränklicherweise, weil ich nun einmal bin und bleibe und zwar hier jetzt gerade nicht am Schreiben, sondern am Übertreiben mit dem, was ich hier im Freestyle bringe, ist natürlich auch schon wieder hier jetzt gerade einfach nur zu zeigen, was ich hier natürlich auch nicht wirklich wie ein Schwein finde. Und zwar von Genius Adver, ist nämlich nur einmal garantiert gerade so Aggressor oder doch ein Verbesserer, während ich ja natürlich auch schon wieder hier als Tester dieser Mikrofone immer wieder so mich in einer anderen Zone wisse. Ist das hier jetzt einfach nur mal wieder so, das, was ich so als Flagge nicht wirklich hisse, sondern einfach bloß mal wieder schlichtweg misse, wie zum Beispiel auch das, was ich natürlich auch so wisse. Aber momentan wisse ich natürlich auch ganz gerne mal zu viele Massenmedien, sodass ich hier jetzt gerade nicht wirklich zu verräterisch klicke. Und der Code to Reality nun einmal wieder angeht und somit muss ich dann stets einfach nur mal wieder verdammt krank geben, natürlich auch klein in meinem Leben. Allerdings sollte ich hier jetzt gerade keine Reime geben auf mein Leben, sondern einfach nur wieder darauf, was ich hier meist gegeben kann dann. Allerdings sollte ich hier weiter wandern über die Instrumentale und natürlich ist das hier jetzt gerade einfach nur ein Code to Reality. Also muss das hier schon wieder faszinierenderweise nicht programmiert wohl sein nehmen oder was? Nö, sorry, das improvisiere ich. Improvisiere ich doch gerade und klarte. Allerdings auch nur, weil ja, da ist schon wieder ein Verbrecher mein Gelächter beinahe ausbrechen ließ gerade. Allerdings denke ich hier nicht, ja, dafür ist das hier Freestyle-Improvisierte Kunstteil. Und gut ist das hier gar nicht nur ein Dunst, sondern einfach nur mal wieder das, was ich so schon manchmal auch nennen möge. Allerdings schreibe ich dafür keine Papierblöden nieder, sondern bitte und bleibe hier einfach nur mal manipulieren. Ja, okay, dann kommen die jetzt klar. So geht's. Allerdings auch nur aufgrund der Tatsache, dass ich hier jetzt klar schaffe, D und zwar schon wieder das, was ich hier jetzt mal mache, D. Okay, dann muss ich hier natürlich auch so hier, da hier Namaste sagen dazu. Oder wie war das hier jetzt gerade, doch mal eben im Rühlen oder doch nur am Verschulen, während ich natürlich auch jetzt gerade mal wieder nicht schwul bin, sondern einfach nur mal wieder hetero, legelos, oder doch ist es hier jetzt gerade lebensgroß und sagt, ich bin echt gerade. Ja, so ist das eben, während ich einfach nur mal wieder etwas gesetzt habe. Wie das gesetzt gerade oder doch ist es schon wieder etwas da. Da ich natürlich auch schon wieder letzten Endes war, und zwar jetzt gerade einfach nur mal wieder von dem Adelbar, nicht improvisiert und in der Naturen weg, und somit hier garantiert von dem gottverdammten Tier, ich nicht weg, schon wieder nichts halte. Und somit hier garantiert, was jetzt noch mal Spalte? Ach ja, die Maste, während ich keine Tatsache dabei rausrasten lasse, sondern einfach bloß mal wieder ein, ist das hier jetzt gerade einfach bloß mal wieder mein Reib, mit dem ich Freestyle nun einmal bin und bleibe, denn ich bin und bleibe ein Freitdenker, egal ob ich ein christlicher Henker mal irgendwie gewesen sein mag. Allerdings geht das hier auf meine Verwandtschaft zurück wieder einmal. Und selbst wenn sie es mir schwören mögen, tut mir leid, ich kann ihren Glauben nicht teilen, und deshalb muss ich jetzt gerade wieder sehen, worum es mir gehen mag, denn ich habe nun einmal eben gerade hier gerade einfach nur mal wieder gesagt, worum es um mir geht und nicht darum, worum es anderen geht. Und somit kann ich dann stets, natürlich auch als das schwarzeste Staf der Familie, immer wieder garantiert hier spielen nehmen, allerdings nicht wirklich mit den vielen Ebenen, sondern mit dem, was ich hier im Ziel nicht gegeben bin, sondern hier jetzt gerade einfach nur mal wieder direkt so sage, Okay, plage, ich mich natürlich auch um die Worte hier jetzt gerade, okay, schade, adieu zu dir, egal was mit den Ideen dehnen kann, sondern natürlich auch schon wieder jetzt gerade den Begriff Dehnung. Allerdings ist die Erwähnung dessen natürlich auch meistens am Vergessen von dem, was ich hier jetzt gerade denke, denn ich bin nun einmal nicht einer der Letzten, sondern eigentlich bloß mal wieder einer der Rappsten oder doch nur einer der Feststen. Kein Plan, mein Wort, erweitern wir jetzt einfach nur mal wieder das, was sich hier so pracht, weil ich nur einmal hier so mies so schlacht und zwar halt die ganzen MCs, so was? Und sogar über das Kränkste meiner Instrumentale geht es hier jetzt gerade weiter voran, eben unangenehm, wie manche es finden, ist das natürlich auch einfach nur ein Realness-Tracker oder doch nur schon wieder ein Realness-Backup, weil ich nur einmal auch mein eigenes Backup bin, also der eigene Produzent und somit hier gerade die Referenz. Und während ich hier einfach nur glänze, ist das hier jetzt gerade auch mal für meine Leute und ich lerne es hier natürlich auch ganz gern mal im April, selbst während ich meine Schwester gerade mal wieder drei Jahre älter wisse, wie mich selbst ist, was hier jetzt gerade für den Freestyle-Dier natürlich auch erzählt und ich knülle dabei nichts anderes fair, sondern bin und bleibe einfach nur mal wieder knülle oder doch nur schwelle hier jetzt gerade jemand, der in voller Herzensfülle natürlich auch schon da was dazu sagt, ihr seid nicht einmal etwas mehr wert, als die Gülle an die ganzen anderen möchte, gern zum Stopp, ich gern natürlich auch die Mäuler, während ich natürlich auch jetzt gerade hier nicht Freude habe, sondern einfach bloß mal wieder kein Beginner bin, sondern einfach bloß mal wieder jemand, der den Sinn da finden will, gerade, sondern somit bin und bleibe ich ja Geniassag, beim Improvisieren gerade. Freestylerei ist meine Kunst und somit bin und bleibe ich hier natürlich auch kein Schon, sondern einfach nur jemand, der seinen Grund dafür auch bindet. Selbst wenn ich das hier jetzt so bringe, ist doch gleich klar, einfach nur mal wieder erweitert der Freestyle halt um etwas anderes wie eine Komponente. Und selbst wenn ich hier jetzt gerade einfach nur mal wieder etwas grenzwertig finde, dann ist das nun einmal so, dass ich hier vielleicht auch mal in der Nähe der Grenze nun einmal warte und zwar geboren. Allerdings werde ich da natürlich auch nicht geschoren und zwar ungeschoren davon kommen, sondern einfach nur mal wieder hier jetzt gerade einfach so ein dreifachen Flow, vielleicht noch einmal ja meistern am Flow, ist natürlich auch schon etwas anderes wie da einmal im Schon da sein, allerdings nicht wirklich hier im Showstar sein, sondern einfach muss mal wieder im Flow da sein, weil ich natürlich auch jetzt gerade wohl da rein, wo ich hier natürlich auch gerne einen Hohler sein wollte, sondern einfach bloß mit meiner reinen Reimre wollte, natürlich hier jetzt gerade etwas rein gedroppt habe, wohl eben und somit ist das Genius Heart to the Core eben. Also fragen wir uns natürlich auch wohl gerade eben, worum es hier wohlerweise schon wieder geht, während andere Leute mich meinen zu stören bei meinem Freestyle, dem ich jetzt gerade bei wohne, wie zum Beispiel dem im Livestream, während ich hier mich meistens schone. Und natürlich auch jetzt so hier gerade nicht schonenmäßig irgendwie mich bestätigt ist und dem, was ich verrätterisch finde, während ich letzten Endes springe unter dem, was ich hier schon wieder finde und zwar vor Genius Heart. Sag dazu nur gerade mal, Akte ist nicht mein MC, aber momentan ist das hier einfach nur mal wieder so ein Fall, der gerade blieb und somit ist das hier jetzt gerade Schall, der natürlich auch nicht zu mieten gewesen sein sollte, sondern einfach nur bloß mal wieder für das Mieter der lieben Leute, genannt Weiber. Okay, dann bleibst es klar, natürlich auch schon wieder garantiert hier zu viele Typen und ich bin selbst am Verüben und zu viele Anschläge, auch das, was ich dann regel, während ich hier einfach nur mal wieder krass der Pflege bin und bleibe oder doch nur schon wieder ein krasser Pflegefall eben, während ich einfach nur so durchgeknallt bringe, was hier sonst noch so durchschallt eben und während ich hier durch Gewalt bringe, ist das hier jetzt natürlich auch schon wieder, was hier zum Durchgestalten geeignet. Eben das nächste Instrumental, okay, dann geht das hier locker rahl, sonst liegt etwas vorn dran, während mein Vortrag im Freestyle-Format natürlich jetzt gerade nicht zu geben wäre, der Überpsychose wäre es gewesen. Ach ja, die paranoide Schizophrenie, was sind nochmal Wahnvorstellungen? Ah, unsere Sicht gerade eben liegt da eben etwa noch jemand, der sicher liegt, klar bringen könnte unser Sicht gerade ein, in diesen Reim wahrscheinlich nicht, da ich natürlich auch nicht schlichtweg Feind bin, der bin und bleib, sondern einfach bloß mal wieder hier jetzt gerade meistens. Einfach nur ein seelisch Behinderter und zwar um 50% Verminderter im Geister, weil sie natürlich auch schon wieder voller Halluzinationen und so weiter, Psychotropen, Drogen und so weiter, habe ich längst abgeschworen, trotzdem habe ich hier mich selbst ausdekoren zu dem, was ich hier nun einmal bin und zeige. Und deshalb schweige ich ja auch nicht mehr, sondern bin und bleib einfach nur mein Freestyle leer. Genius, hard to the core. Wer denn auch sonst? Wer ist hier jetzt gerade noch am Ordnen? Und zwar von den Worten nehmen, während ich hier sofort den Sport wohlbring, während ich es einfach bloß mal wieder, hier jetzt gerade als Meister auf der Flow, ne Star bringe, was hier natürlich auch schon wieder kein Showstar bringt. Nach wahrscheinlich ist, dass sie einfach nur mal wieder zum Belächeln und letzten Endes auch nicht zum Hecheln, sondern einfach bloß mal wieder zum Schlecht bringen. Und zwar, was die anderen letzten Endes geben lassen, weil ich letzten Endes diesen ganzen Starschwachsinn und so weiter, natürlich auch garantiert hier jetzt nicht einmal satt habe, sondern einfach bloß mal wieder Schachmatt setze, oder doch nur schon wieder jetzt gerade mal petze und während ich die Sätze dann schon wieder entsetze. Ist das einfach nur so zum Zerfetzen von dem, was ich letzten Endes den Sätzen finde. Aber momentan ist das hier ja so zu ätzend schon, dass ich letzten Endes was wohlbringe. Ach ja, meine Skills, so dass ich hier als reimer Kill und zwar mal wieder das, was ich meistens wieder will, während ich einfach nur mal wieder wie der Devil im Rhyme bin. Ist das hier jetzt gerade einfach nur mal wieder hier zum Steppen und so weiter voran, oder bin ich doch nur der Rap-Gord? Mann, nein, wahrscheinlich sind die ganzen Stars schon wieder so angegrast, so dass ich hier jetzt gerade was mal grab und so aus. Ach ja, stimmt ja, die altesten Spielereien heraus, so dass ich hier jetzt der Gott des Krieges wäre, oder wie war das noch, der der Sieges wäre? Nee, ich bin eher der Typ, der hier erklärte, dass ich es natürlich auch schon wieder werte, und zwar jetzt gerade verschoben habe, wie zum Beispiel den was, was ich hier sonst noch so gerade machte. Okay, das ist natürlich Improvisationskunst, und die Schonung ist dabei nicht einmal zu betrachten wie eine Gewohnung, sondern hier eine Gewohnheit, vom Wort her, das nächste Instrumental, okay, bleibt. Und weiter geht's, denn ich weiß, der steht's, natürlich auch ein Reim da immer, natürlich auch jetzt einiges klar geht, wie zum Beispiel in dieser Corona-Phase. Warum werden uns eigentlich erst Hygienesachen angekreidet, wie zum Beispiel, dass wir uns nicht häufig genug die Hände waschen? Wahrscheinlich steht's so einfach nur, weil ja eh die Mund-Nasen-Höhlen zu bedecken wären, und somit garantiert alles verletzt, schon Wert eben in diesen Werten, sodass da auch der Maulkorb von Voyner genannte, natürlich auch jetzt gerade hier mal wieder, brannte und zwar in mir drin, aber dem dachte ich mir jetzt gerade einfach nur den Sinn zu meinen, und nichts anderes, weil den gesamten Kram kenne ich nun einmal sicherlich klar, weil ich nun einmal Lichter sicherlich da bringe, während ich einfach nur mal wieder schlicht klar finde, und zwar, irgendwo hat der Mann recht, und die Bandbreite bin ich letzten Endes auch im Gesicht meiner Playlisten, an und für sich, denn ich denke natürlich auch ganz gern mal vielen nach, und frage mich letzten Endes, hätten diese Gummihandschuhe der Mediziner nicht an und für sich mehr Sinn ergeben, als ein Maulkorb, oder doch nicht schon wieder das, was hier sonst was so wort, und zwar von der Politik vorgeschlagen, und unter verbotsmäßigen Stilen nun einmal gerade eben dargelegt eben, während ich hier jetzt gerade eben bringe, und zwar das, was ich hier so finde, und zwar in meinem Stil eben vor, ist einfach nur Genius Hardcore Freestyle improvisiert halt, worum es sonst was so gehen mag, sicherlich klar Corona, Lichter sind gelöscht, trotzdem denke ich mir an und für sich gerade nicht, wirklich der Schritt, was hier sonst was so abgeht, aber momentan ist das ja so abgedreht, so dass sich jetzt schon wieder was mal wieder krass gibt, wahrscheinlich einfach nur das was zu spät, einfach nur mal wieder mich fast, und zwar zu dem, was ich hier fast, und zwar wie ein, gottverdammte Nutsch aus, dann ist das hier jetzt gerade natürlich auch für Metallbauer gut drauf, aber momentan ist das hier einfach nur so ein Lauf, den ich improvisiere, während ich einfach nur mal wieder stiere, und zwar in Richtung meines eigenen Gesichts auf dem Bildschirm, dann ist das hier jetzt gerade einfach nur mal wieder so ill drin, aber momentan ist das hier einfach nur so der Wahn, mit dem ich hier so verplant schon wieder was, jetzt gerade mal was bringen darf, wahrscheinlich einfach nur mal wieder Genius Hardcore, Gerd Sebastian Guder, okay, dann geht das hier natürlich auch in meinem Fuhrpark stur ab, aber momentan habe ich gar keinen da, sondern eher einen Flugpark, also muss ich da schon wieder weiter fliegen, oder doch nur weiter lieben, und natürlich auch hier jetzt gerade einfach mal sieben, oder doch nur schon wieder weiter schieben, und zwar eine ruhige Kugel, während ich hier einfach nur mal wieder stur schräg dabei bin, ist das hier jetzt einfach nur mal wieder zum Übertreiben, während ich einfach nur Freestyle springe, okay, war natürlich auch schon wieder schön drin, aber dachte ich mir jetzt gerade einfach nur mal wieder etwas anderes zu einsortieren, nein, einzusortieren, okay, leider schon wieder ein Wort vieles vertan, aber dachte ich mir dann natürlich auch schon wieder verdammt krank, wie ich nun einmal bin und bleibe, meine ich natürlich auch nicht so eine Scheiße, und verspreche mich vielleicht noch einmal stets, während ich jetzt hier es einfach als Reimer gebe, und zwar mich selbst zum Besten, ist das hier einfach nur mal wieder selbst zum Testen, von dem was ich so improvisiere, weil ich nun einmal hier gestiere, während ich mich selbst hier dabei fasziniere, was hier sonst noch so passieren will, ist natürlich alles frei, und deshalb bin und bleibe ich ja natürlich auch in totaler Klarheit dabei, was hier sonst noch so geht, ist einfach nur abgedreht, aber momentan dachte ich mir natürlich auch auf den Tag zu spät, wie ich jetzt bin und bleibe, ist das hier nun einmal meine Sache, was ich nicht meine, sondern einfach bloß mal wieder drum feide, während ich letzten Endes breit Seite um breit Seite an anderen MCs vergebe, ist das hier meist meinen Weg eben, während ich hier letzten Endes auch meistens klar wege, in diesen gesamten Sachen, natürlich auch manchmal einen Schwachsinn von der Polizei, ab Krieg, aber deshalb bin und bleibe ich ja auch meist lieb, oder doch nur schon wieder hier jetzt gerade, meist klar am Krieg dran, während ich bin und bleibe und zwar einfach nur am Freestyle, ist das eben so, während ich hier nicht lebenslos werde, sondern einfach bloß mal wieder eben showmäßig irgendetwas gebe, wie zum Beispiel hier jetzt gerade, einfach gerade einfach nur bestätigt, okay, schade zu dem gesamten Kram, den ich jetzt schon wieder jetzt empfinden mag, denn ich habe hier jetzt schon wieder übergriffen, und Master sicherlich klar, da ich natürlich auch kein Casper bin und bleibe, sondern Genius Heart to the Core, und somit garantiert auch kein Cool Savage, und auch kein Sido, und auch kein Pyrdose, und auch kein Der Lange, sondern einfach bloß mal wieder der Typ, der andere Sachen damit aufzieht, wie zum Beispiel Genius Heart to the Core, wie ich bin und bleibe, ist das nun einmal mein Weg, während ich dabei gehe, ist es hier vielleicht eben noch auf Ebenen zu passen, und zwar eher, während ich was bringe, und zwar hier jetzt gerade in der Wiederkehr, ach ja, stimmt ja, Genius Heart to the Core. Ein wenig mal wieder überlegen, worum es sonst auszugehen mag, ist sicherlich klar, die Lichter, die natürlich auch durch Corona-Sichter schon wieder eher hellen ließen, dachte ich mir natürlich auch schon wieder, was geht denn hier bei der Statistik, fragt euch mal bitte, was ist mit Grippe, ist das nicht wirklich so schlimm an und für sich, wie die Grippe ist an und für sich, denn irgendwie ist das hier mit Gesellschaftsschichten, natürlich auch in so Sozialkritik immer wieder zu fassen, und zwar eher, während ich natürlich auch ankreide, dass die Grundordnung in Gefahr wäre, meine ich damit letzten Endes, natürlich auch klar hier, immer wieder, dass die Sadisten, zu viel Faschisten, Faktvolk sind, und denen muss man irgendwie beikommen, scheiß großen Kreuzer, die natürlich auch so wohl steuern, und zwar unsere Politik leider in den totalen Verderbnis-Kram rein, so dass man da schon wieder meist meinen Mustern, dass man denen müsste uns da etwas aus Mustern, wie zum Beispiel das, was hier meine Gelüste natürlich auch an Frust haben, und deshalb muss ich dann natürlich auch schon wieder was jetzt bewusst sagen, und zwar dazu Terror-Horror, und deshalb bin und bleib ich ja hier jetzt nur so, G.S.H. to the core game. Okay, dann muss ich hier mit meinen Worten natürlich auch sofort gehen, und zwar weiter voran, denn ich weiß ja, garantiert ist der übelste Terror-Horror letzten Endes schon da, wo man natürlich auch schon wieder wohl war, allerdings nicht wohl klar darüber war, was Hanau an und für sich bedeutet, während ich dem Grab natürlich auch schon wieder etwas sage, dazu ist es natürlich auch schon wieder den Gräbern gemeint, so verdammt, leider vertan im Reim auch nicht gänzlich gepasst, grad dabei ist egal, weil ich bin und bleib ja kein Schwachwart, sondern einfach nur jemand, der Improvisation fast macht, und zwar rein, allerdings denke ich mir natürlich auch schon wieder rein, in die Säge für die Nazi-Schweine werde, ich natürlich auch immer wieder sagen, wie der da denn, diesen gesamten Kram hab ich nun einmal so verfasst und gesagt, deshalb bin und bleib ich ja hier auch grad, einfach nur mal wieder da, wo ich hier als Freestyler nun einmal improvisier grad mal, und zwar darüber, was mir hier so beschäftigt, denn ich weiß letzten Endes geht, bei den Nazis zu viel Bullshit, so dass man denen natürlich auch wohl schräg gegenüber treten müsste, allerdings betreiben die es auf mentaler Ebene schon an und für sich frustig, weil die den Geist nicht kapieren, den sie haben müssten, und damit meine ich den Geist der Zeit, und somit ist das hier meist klar Zeit, bin ich natürlich auch schon wieder zeitlich, das was ich meinte ist doch gleich klar, im Wort vergriffen schon wieder einmal, aber sowas passiert beim Improvisieren als Reimer, nun einmal wieder, und deshalb bin und bleib ich ja auch ein Reimjonglierer, oder doch nur ein Rapper, aber wahrscheinlich bin und bleib ich ja zu nennen, das ist was ich nun einmal bin, ein Freestyle-MC, ihr hingegen könnt mir das nicht so bieten, und deshalb lasse ich mir das auch nicht mieten und so, sondern bin und bleibe hier im Daumen mit meiner Reimgestaltung, Genius Sergeant Corn, deshalb war's das hier jetzt auch mit meinen Verschwörungstheorien, und so weiter.